Der Sonax Pflegeratgeber Der Sonax Baumharzentferner löst schnell und rückstandsfrei Baumharz, Vogelkot und andere organische Rückstände von Lack, Glas, Chrom und Kunststoffoberflächen. Baumharz und Vogeldreck sind vor allem im Sommer kaum zu vermeiden. Diese Verschmutzungen sind Gift für den Lack und können vor allem unter Sonneneinstrahlung schon nach kurzer Zeit irreparable Lackschäden verursachen. Daher sollte man Rückstände möglichst sofort entfernen. Einfach den Baumharzentferner aufsprühen, kurz einwirken lassen und mit einem weichen Tuch abwischen. Der Sonax Baumharzentferner schont die Oberflächen und ist auch für Motorsägen, Heckenscheren und andere Geräte geeignet. Der Sonax Pflegeratgeber